Oh, schon wieder ein verschissener Traum, ich werde nie so einen Style haben. Und dann habe ich noch von OneFaceWatch drei Uhren bekommen, so sieht die Uhr aus, Freunde. Richtig schick und edel sieht das aus. Die Schwarzen haben diesen goldenen Touch, weiß mit Gold, Rosé, richtig geil, Freunde. Und das Geile an diesen Uhren ist, wenn ihr euch eine Uhr kauft, wird das Geld für einen guten Zweck auch nochmal gespendet. Hier könnt ihr sehen, für was alles, Freunde. Richtig coole Aktion und nochmal vielen, vielen Dank für die Uhren. Werde ich euch auch alles unten in der Videobeschreibung verpacken, Freunde. Könnt ihr euch ja gerne mal anschauen. Und, Freunde, heute werde ich drei Gewinner bekannt geben, wie ich das mache, Freunde. Ihr müsst euch das komplette Video anschauen. Also am Anfang des Videos werde ich einen Namen erwähnen. Mitten im Video werde ich einen Namen erwähnen. Und am Ende irgendwo, also wenn ihr wissen wollt, ob ihr gewonnen habt, Freunde, müsst euch das komplette Video anschauen. Wer weiß, vielleicht kommt euer Name. Auf jeden Fall, Freunde, hat mein Bro Emil in Bosnien ein paar Sneaker mitgebracht, Freunde. Und er hat mir noch nicht gezeigt, welche. Die sind safe, alle originalen. Er sagt mir das seit Tagen, ey, Bruder, ich hab dir diese richtig geile, originale Sneaker mitgebracht. Die so, ey, Digga, das hätte gar nicht sein müssen. Die sind original. Übelst original. Korrekt, danke. Gerne, Digga. Na, Mann. Was ist los? Ey, Leute, er sagt safe, original. Digga, die sind original. Schaut euch das doch an. Hier. Was daran ist original? Hey, Leute. Dieser Typ da. Leute, warte, warte, warte. MDMs LKA Yeezy. Boom. Ist das original? Leute. Ey, der Typ da. Einfach mal Yeezy, Dings. Der Typ hat mir gesagt, die sind safe, original. Digga, dann bist du ja noch dummer als dieser Bazarverkäufer, Alter. Aber wer ist, wo ist denn dumm? Leute, einfach mal von Yeezy. Und hier steht auch Adidas Yeezy, Digga. Das ist dein 50%. Leute, schreibt in den Kommentaren, die sind safe, original. Ja, Mann. Ich bin voll fest davon überzeugt. Aber Digga, voll süß von dir, dass du mir was mitgebracht hast. Auch wenn die fake sind. Gerne. Die sind nicht fake. Sag einfach, für dich sind die nicht fake. Da bin ich auch ein glücklich, ja, Mann. Sag, die sind nicht fake. Ey, aber. Sag es. Sag es. Ja, Digga, die sind nicht fake. Ja, Mann. So, Leute, der erste Gewinner ist... Dala, Dala, melde dich bei mir. Schreib mal auf Instagram direkt. Und fahren wir mit dem Video fort. Okay, Bro, nächste Show. Tschüss. Bro, das ist ein Nike-Turbular. Ey, aber ganz ehrlich, Digga. Diese Schuhe wurden gar nicht mal so schlecht gefaked. Diesen safe-Organ. Guck mal, hier hinten. Der Typ hat mir gesagt, wo ich das gekauft habe, bei dem... Hier hinten steht ja Adidas. Ich weiß nicht, ob man das... Warte, ich muss hier mal ran. Hier sieht man ja Adidas. Und dann geht das S hier. Das ist ja hier abgeschnitten. Dann geht das hier hinten einfach weiter. Das ist doch ein Zeichen, dass es so real ist, oder? Ey, Leute, wie geil. Digga, ich kaufe die Schuhe, lass mich einfach raus. Das S hört hier einfach auf und fängt hier wieder an. Das ist ein Zeichen, dass es original ist. Aber das Geilste ist noch, Leute. Hier das. Das wurde einfach gedruckt, Leute. Und mit irgend so einem Uhu festgeklebt. Der ist verpackt. Okay, Bro, für diese Schuhe. Tschüss, Digga, was ist das für ein Panzer, Alter, Leute. Digga, das ist ein Sommerschuhe. Das ist krass ein Sommerschuhe, ehrlich. Das hat der Typ mir da auch gesagt. Der meint, die kann man perfekt im Sommer anziehen, weil es darin... Digga, damit kannst du jemanden umbringen, wenn du einen so trittst, Alter. Ehrlich? Das ist ein Sommerschuhe. Digga, hier ist Metall drin und das hat Sommerschuhe. Hast du ja gewollt, Alter. Du kannst mit Baustelle arbeiten. Das ist für die Baustelle, oder so? Ja, Mann. Korrekt, Digga. Der hat mir einfach... Wie nennt man diese Schuhe? Diese Arbeitsschuhe, diese Arbeitsschuhe. Wie nennt man die? Stahlkappenschuhe. Ja, Mann. Leute, er hat mir eiskalt Stahlkappen und Adidas-Schuhe mitgeholt, ey. Oh, ich weiß nicht. Willst du mich eigentlich... f-f-f-f-f-f-taten. Leute, der Typ hat auf seine Mutters... Mutter geschwommen. Klappt einfach jeden. Ey, Emil, ich hab gestern eine Bank ausgeruht. Ein Sob, Digga? Ja, Mann. Wo ist das Geld? Hat der mich gerade angelogen, Digga? Ich hab gestern eine Bank ausgeruht. Welche Schuhe ihr findet, die am besten gefakt wurden? Schreibt mal in den Kommentaren rein, Leute. Das würde mich mal interessieren, welche Schuhe ihr findet, die richtig gut... Warte, Leute, jetzt kommt der nächste Gewinner. So, das ist mein zweiter Gewinner, Digga. Meldet dich bei mir und fahren wir mit dem Video fort. Und Freunde, nochmal für die Zukunft... Und Freunde, nochmal für die Zukunft, wenn ihr so ein Gewinnspiel machen und sagen, kommentiert bei mir mit Hashtag PrayForTheWorld. Leute, dann reicht es, wenn ihr einmal kommentiert und an die, die tausendmal PrayForTheWorld kommentieren bei mir. Leute, ihr scheidet direkt aus. Das ist so kein Sinn. Nicht, wenn ihr hier... Das ist schon gemein, aber, dass die direkt scheiden. Ja, aber Digga, guck mal, die spammen komplett zu und denken, okay, ich seh die dann und die gewinnen. Nein. Aber wo ist denn jetzt scheiden? Ein Kommentar reicht, Freunde, wirklich. Schreibt nur einmal PrayForTheWorld. Könnt ihr gerne bei jedem Bild machen, aber einmal und nicht tausendmal PrayForTheWorld, PrayForThe... So, Leute, das Video neigt sich langsam dem Ende zu. Aber auf meinem Kanal geht es natürlich weiter. Ich habe noch drei originale Schuhe natürlich am Start, die ich in Bosnien für mich selbst gekauft hab. Und ja... Ey, Leute, Leute, bitte geht mal rüber und schaut euch mal diese Schuhe an. Geht mal rüber und kommentiert mit Hashtag SaveOriginal. Nein, Hashtag Save... Ja, ja, Mann. Original, Digga. SaveOriginal. Okay, Bro, sorry, Bro. Und, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Und, Freunde, wenn ihr öfter ne Verlosung wollt... 20.000 Werks hab ich gehört, Digga. 92.000, Digga. 20.000. Auf jeden Fall, Freunde, wenn ihr Bock auf ne weitere Verlosung habt, dann gebt doch mal einen Daumen nach oben da. 20.000. Na, ich war... Oh, du brauchst einen Pond... Oh, oh. Und, Leute, folgt mir auf Instagram, wenn ihr Bock habt, wie gesagt, auf ne weitere Verlosung. Folgt mir dort. Und, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns. Hammer die Fresse jetzt. Hammer die Sonde auch folgen. Leute, ich will das jetzt wieder einstehen. Ciao. Digga, was? Der dritte Gewinner fehlt. Leute, hier ist der dritte Gewinner. Digga, melde dich bei mir auf Instagram direkt. Meld dich, Bro, melde dich. Und, Leute, wir sehen uns bei einem neuen Video wieder. Macht's gut und haut rein. Ja.